Wir haben ganz am Anfang des Videolernzyklus schon einmal darüber gesprochen, dass die meisten Funktionen, die wir in der Schule kennenlernen, ohnehin beliebig oft differenzierbar sind. Hier gehen wir jetzt einmal nicht zwangsläufig davon aus und sagen einfach einmal, na gut, wenn auch die zweite Ableitung differenzierbar ist, dann schreiben wir für deren Ableitung, das ist dann die dritte Ableitung oder eben f3' und sprechen von der dritten Ableitung von f. Genauso können wir auch noch höhere Ableitungen einer Funktion ansehen, sofern diese existieren, aber davon gehen wir jetzt wieder aus. Zur besseren Lesbarkeit schreiben wir dann zur Wiederholung einfach die Zahl in Klammer und schreiben dann 42. Ableitung und keine 42 Striche, da würden wir uns nicht mehr auskennen. An dieser Stelle möchte ich, falls es dich interessiert, eine kleine Sternaufgabe vorschlagen und zwar berechne die 42. Ableitung an der Stelle 0 für die folgenden zwei Funktionen, die gegeben sind mit f von x ist e hoch 2 mal x und f von x ist x hoch 42. Ein kleiner Tipp, suche zunächst einmal nach einem Muster in den ersten paar Ableitungen und versuche so auf die 42. Ableitung zu kommen. Die Auflösung dieser Sternaufgabe gibt es dann am Ende dieses Videos. Als erstes betrachten wir die Funktion e hoch 2x und davon einmal die ersten paar Ableitungen. Uns fällt auf, oder es ist wichtig hier zu bemerken, wir brauchen hier die Kettenregel. Äußere Ableitung von e hoch etwas ist e hoch dieses etwas und wir brauchen dann noch eben mal die innere Ableitung. Die innere Ableitung ist hier 2, denn die innere Funktion ist 2 mal x und die Ableitung davon ist einfach 2. Und da erkennen wir auch schon, in welche Richtung das weitergeht, denn mit jedem Mal Ableitungen kommt einfach noch ein 2er dazu. Erkennen wir auch hier eben, dann haben wir 2 mal 2 mal e hoch 2x oder eben 2 hoch 2 mal e hoch 2 mal x. Das heißt, wir können daraus schließen, die Karte Ableitung müsste dann einfach sein 2 hoch k mal e hoch 2x. Das bedeutet, die 42. Ableitung an irgendeiner Stelle x ist dann 2 hoch 42 mal e hoch 2x. Und an der Stelle 0 würde das hier einfach 1 werden, also die 42. Ableitung dieser Funktion an der Stelle 0 ist dann einfach 2 hoch 42. Bei x hoch 42 ist es ein bisschen anders. Das betrachten wir hier auch die ersten paar Ableitungen und wenig Überraschungen gibt es hier. Es wandert jeweils die Hochzahl runter und wird um 1 reduziert. Und wir stellen fest, die Hochzahl knüpft hier an unser Produkt jedes Mal die nächst kleinere natürliche Zahl an. Also als nächstes würde der 40er runter wandern und dann 39 und so weiter. Und wenn wir das Ganze insgesamt 42 mal machen, dann bleibt am Ende einfach nur das Produkt der ersten 42 natürlichen Zahlen ohne 0 übrig. Und das bezeichnen wir einfach als 42 Fakultät. Bis zum nächsten Mal.